Was machen wir dann, wenn der EFI nicht hält? Alle Sicherungen sind ausgeschaltet und trotzdem hält der EFI nicht. Was machen wir dann? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In vielen meiner Videos werde ich gefragt, wie das mit dem Fehlersturmschutzschalter, RCD EFI, wie auch immer ihr den nennt, wie das eigentlich funktioniert. Was genau ist, was ist ein EFI-Feller? Wann löst der aus? Warum löst der dann auch aus, wenn Sicherungen draußen sind? Was hat das damit auf sich? Da gehen wir jetzt eins nach einem anderen durch. Wie wir alle wissen, ist das der Fehlersturmschutzschalter, der EFI, der RCD. Da kommen oben der Neutralleiter, die Zuleitung plus die drei Phasen rein. Unten führt das Ganze wieder raus über die Sicherungen über die Sicherungen in das System hinein. Dieser Fehlersturmschutzschalter, EFI, RCD, auch Summenstromwandler, überprüft jetzt die Summe der zuführenden Ströme und wiegt sie mit einem Mechanismus, das ist ja egal jetzt, wiegt sie auf gegen die Summe der abfließenden Ströme. Das heißt, alles, was durch den EFI in einer Seite durchfließt, muss durch die andere Seite wieder zurückkommen. Entweder über Neutralleiter oder durch die Phasenverschiebung über die einzelnen Phasen. Das geht jetzt ein bisschen stark in die Materie. Jeder, der sich da ein bisschen besser auseinandersetzen möchte damit, ich verlinke unten mal eine kostenlose PDF-Seite, da könnt ihr euch über die Funktionsweise von einem RCD, von einem EFI genau informieren. Gehen wir jetzt also von einem einzelnen Verbraucher, das heißt, eine Phase und der Neutralleiter geht da durch, geht auf diese Steckdose, jetzt sichere ich ein, da ist das Bügeleisen angesteckt. Wenn jetzt in dem Gerät drin zum Beispiel oder auch in der Leitung, warum auch immer, irgendwo eine Verbindung, das heißt, wenn der Außenleiter, der Strom, irgendwo auf ein metallisches Teil über Erde abfließen würde, würde ja durch diesen Fehlerstromschutzschalter mehr Strom reinfließen als rauskommt, weil ein gewisser Teil über Erde abfließt. Wenn dieser Teil, der abfließt, groß genug ist, wird dieser Fehlerstromschutzschalter auslösen. Ich habe jetzt das Bügeleisen ausgesteckt, das Ganze simulieren wir jetzt, das heißt, ich habe in meinem Duspol zwei Tasten, da kann ich über eine gewisse Last einen Strom fließen lassen vom Außenleiter, also von der Phase auf den Schutzleiter und dann müsste, wenn das in Ordnung, wenn das funktioniert, müsste ja der FI auslösen. Sicherung ist drin, das heißt, Strom liegt bis da herum an der Steckdose an, da halte ich jetzt dann, sieht man das, ja, und jetzt halte ich aber die zweite Spitze auf den Schutzkontakt. Jetzt drücke ich die Tasten und dann muss der Fehlerstromschutzschalter auslösen. Das gleiche würde natürlich auch passieren, wenn der Fehler nicht in dem Fall jetzt zwischen braun und grün-gelb, sondern wenn ein Gerät angestiegt ist, über den blauen und grün-gelb über Erde abfließt. Das ist ja klar, das ist ein Stromkreis. Passiert das Gleiche. Aber jetzt zum, das ist, das ganz Herkömmliche, das ist in Ordnung, aber jetzt zum seltsamen Phänomen. Wenn ich jetzt alle Sicherungen ausschalte, fließt ja auf die Steckdose oder liegt ja nirgendspannung an, das heißt, da kann gar kein Strom fließen. Sicherungen, alle aus, RCD ein. Das heißt, ich habe da die Steckdose. Wenn ich jetzt ein Gerät anstecken würde, schon ein defektes Gerät, das einen Kurzschluss verursachen oder eine Ableitung verursachen würde zwischen dem braunen Außenleiter und dem grün-gelben der Erde. Das werde ich jetzt da einfach simulieren und ich würde das da draufstecken. Passiert nichts. Fehlerstromschutzschalter bleibt drin. Ganz klar. Es hat ja, da ist unterbrochen, da ist unterbrochen. Im Prinzip habe ich jetzt einfach nur die Erde über die braune Ader bis da hergebrückt. Natürlich, wenn ich jetzt eine Sicherung einschalte, dann kracht es. Es ist immer noch, alle Sicherungen sind heraßen. Ich habe jetzt da von dieser Sicherung die drei Adern, einmal den Neutralleiter, einmal den PE, einmal den Außenleiter. Wenn ich jetzt blau und grün-gelb brücke, da ist nirgendwo, auch auf dem blauen, nirgendwo, irgendwo Strom drauf, alles tut die. Wenn ich jetzt in blau und grün-gelb brücke, habt ihr das gesehen, hat es nirgendwo viel geschmissen. Warum, wenn doch, da fließt da gar kein Strom, warum, dass gar kein Strom fließt, stimmt so natürlich nicht. Ich möchte jetzt das Ganze mal ein bisschen vereinfachen. Einfachen, sagen wir mal, das ist euer Haus, an irgendeiner von den Steckdosen, an irgendeiner von den Steckdosen im Haus ist ein Kühlschrank angesteckt, eine Gefrühdrehe angesteckt, ein Fernseher mit Standby, ein Laptop-Ladegerät. Das heißt, wenn jetzt irgendwo, irgendwo im Haus, irgendwo im Haus eine Sicherung eingeschaltet ist, fließt durch die Sicherung der Strom über die Steckdose, auf dem braunen, über dem Verbraucher, auf dem blauen zurück, zu dieser Klemme, zu dieser Neutralleiterklemme. Das heißt, da haben wir auf alle Fälle ein Potenzial. Und jetzt schauen wir uns aber das an, was da ausgeschaltet ist. Wenn ich jetzt die Erde, die Erde auf dem blauen Neutralleiter liege, Neutralleiter sind ja da herin alle miteinander verbunden. Das heißt, es würde Stromsucht ja immer den Weg des geringsten Widerstandes, dass die Erdung, die Erdung, diese Fundamenterdung von dem Haus natürlich viel reizvoller ist, der Widerstand viel kleiner ist, als über das Netzsystem, über das Netzsystem zurück, ist irgendwo logisch. Das heißt, der Strom, der über den anderen Stromkreis da fließt, würde sich über diesen Neutralleiter, jetzt wenn ich das wieder einschalte, über diesen Neutralleiter, über diesen Neutralleiter und Erde ableiten. Darum schmeißt es den EFI bei blau und grün-gelb. Jetzt haben wir aber vorher gesehen, wenn ich das ausstecke, habe ich ja an dieser Anlage überhaupt nichts. Da kann ja jetzt überhaupt gar nichts fließen. Ich habe sämtliche Verbraucher, da ist nichts angesteckt. Wieso habe ich da das Gleiche? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ist ja das Gleiche. Wir haben die Zuleitung, in dieser Zuleitung geht ja die blaue Ader in den Fehlerstromschutzschalter, vom Fehlerstromschutzschalter da rauf. Irgendwo sind da die Neutralleiter immer verbunden. Die sind ja immer irgendwo verbunden. Bei uns wird ja der Neutralleiter nicht abgeschaltet. Es gibt Ausnahmefälle mit einzelnen EFI-LS. Da ist aber das dann wieder ein kleines bisschen anderer Fehlerfall. Das heißt, selbst wenn irgendwo, wenn der Fehlerstromschutzschalter eingeschaltet ist, das hängt jetzt bei mir auf einer anderen Verteilung, auf der anderen Verteilung ist irgendwo Hausanschluss, auf der anderen Verteilung ist irgendwo Beleuchtung, die eingeschaltet ist, wieder ein Kühlschrank, haben wir das gleiche Prinzip wieder. Selbst wenn im ganzen Haushalt alle Sicherungen heraußen sein würden, heißt es auch da oft das mal, wenn man jetzt nur Panzersicherungen drin hat, einen Fehlerstromschutzschalter einschaltet und alle anderen Sicherungen rausmacht. Auch dann kann das sein, dass über die Steigleitung, irgendwo über die Steigleitung, irgendwo Ströme, Ströme in das System reinkommen, die reichen, über die Erde da abgeführt zu werden. Wenn einfach die Erde in diesem Fall günstiger ist, abgeleitet, um Ströme abzuleiten, ist das natürlich immer der Fall. Der normale Fehlerfall ist klar, habt ihr verstanden, wenn irgendein Außenleiter eine Phase, wenn die Sicherung drin ist, eine Phase über Erde abgeleitet wird. Wie die abgeleitet wird? Direkt zum Erdungskontakt oder über ein fehlerhaftes Gerät, über den Körper. Dementsprechend schnell löst der EFI schnell oder langsam löst der EFI aus. Es muss ein bestimmter Fehlerstrom zusammenkommen. Also das Ganze passiert natürlich nicht immer. Wenn nicht viel genug Strom zusammenkommt, weil ja bestimmte Fehlerströme, oder nahezu jedes Gerät bestimmte Fehlerströme über den PE abgibt, summiert sich das unter Umständen. Genauso gut kann aber der Fehler immer auftreten, wenn die Sicherungen alle heraus sind, über eine Verbindung zwischen Blau und Grün-Gelb. Und da ist das Thema, die Blauen sind ja alle miteinander gebrückt. Da kann der Strom ja von ganz woanders herkommen. Muss gar nicht aus dem System kommen, kann woanders herkommen. Ist ein wenig ein komplexes Thema. Wie gesagt, schaut euch unten die Seite nochmal an. Da ist das ein bisschen genauer erklärt noch. Jetzt zur Fehlersuche. Wenn es so ist, dass der nicht hält, dann wird immer empfohlen, alle Sicherungen, alle Sicherungen nicht raus. Meistens ist es so. Meistens oder ganz oft klappt das natürlich. Das ist aber genau der Fehler, den ich gerade beschrieben habe. Das klappt nur dann, wenn der Außenleiter über Erde abgeführt wird, dann klappt es. Wenn man den Fehler zwischen Blau und Grün-Gelb hat, kann man da machen, was man macht. Dann hält der Fehlerstromschutzschalter nicht. Allgemein zur Fehlersuche ist gesagt, es könnte durchaus sein, dass auf dieser Sicherung ein kaputtes Gerät hängt und der Fehlerstromschutzschalter auslöst. Zack, ist hier draußen. Man sucht es, man repariert es, man repariert es, alles erledigt. Grundsätzlich ist es aber so, das kann durchaus sein, dass auf irgendeiner anderen Sicherung, weil im Keller irgendwo ein Raum feucht worden ist, eine Wand feucht worden ist, eine verletzte Leitung drin ist und eine Aderverbindung zum Mauerwerk hat. Also Erdschluss suchen. Das nennen sie dann Erdschluss. Das ist kein Kurzschluss. Ein Kurzschluss ist, wenn es Sicherung wirft. Ein Erdschluss ist, wenn es einen Fehlerstromschutzschalter wirft. Diese Dinge zu messen, sind nicht immer einfach. Es gibt Fehler, die hat man super schnell gefunden. Es gibt Fehler, da sucht man sich einen Wolf, weil diese Fehler, wenn ich die Sicherung herauslasse, ist der Fehler weg. Aber in Wirklichkeit liegt der gar nicht an diesem Stromkreis, sondern an irgendeinem anderen. Nur der Fehler, der auf diesen zusätzlich dazugekommen ist, wird der Fehlerstrom in der Anlage so hoch, dass er einen Fehlerstromschutzschalter schmeißt. In Wirklichkeit kann es aber zum Beispiel irgendeine alte Gefrühdrühe sein, die in Köln steht, Wasserpumpen, ein Hauswasserwerk, die hin und wieder vor sich hingammeln. Der Fehler in irgendeiner Heizung, eine Heizungspumpen, ganz oft ist der Auslöser, ist der zweite oder dritte Auslöser erst dafür verantwortlich, dass der Fehlerstromschutzschalter fliegt und dass man sich auf die Fehlersuche begibt. Meistens oder ganz oft ist der Fehler eigentlich schon, von Haus aus, schon viel länger da. Das ist in der Verteilung die Neutralleiterklemme. Da sind ja alle Neutralleiter von diesem Kreis verbunden. Da haben wir jetzt einen Stromkreis mit L1, einen Stromkreis mit L2. Ganz klar, wenn jetzt, das ist der Außenleiter, wenn dieser Außenleiter eine Verbindung direkt zur Erde hat, löst natürlich der Fehlerstromschutzschalter aus. Wenn jetzt diese Sicherung unterbrochen wird, kann ja nach der Sicherung, nach der Sicherung auf dieser Seite, wenn da eine Verbindung zur Erde passiert, passiert nichts. Es fließt ja kein Strom, es ist ja so hergesehen, nichts da. Nur der Neutralleiter ist ja über diese Klemme mit der Neutralleiter verbunden. Wenn jetzt dieser eine Verbindung zur Erde kriegt, fließt sehr wohl der Strom durch diese Leuchte da retour über Erde, ein Teil davon. Und dann löst der Fehlerstromschutzschalter wieder aus. Wer dazu Fragen hat, gerne unter dem Video kommentieren mit Hashtag PW-Info. Dann greife ich das kommenden Montag oder den Montag drauf, je nachdem, wie ihr wollt, die Kommentare kämen. Greife ich das im Video auf und versuche das Ganze zu beantworten. Allgemein wäre jetzt die Zeit, den Kanal zu abonnieren, wenn du Interesse an so elektrischer Geschichten hast. In den nächsten Videos geht es dann nämlich um Messungen, VDE-Messungen. Das Ganze eben so verständlich erklärt, dass auch das System, die Funktionsweisen, einmal allein ein bisschen versteht. Ganz klar, allein darf das Ganze sowieso alles nicht machen. Die fünf Sicherheitsregeln bleibt ja einmal kurz sein. Mir geht es darum, das Verständnis für die E-Technik ein bisschen zu verallgemeinern. Es ist eine sehr anspruchsvolle Technik, dennoch ist es eine Technik und keine Zauberei. Wisst ihr, was das Gute am Elektriker ist? Er braucht zwar trotzdem unwahrscheinlich viel Theorie, aber der Elektriker kann die Theorie in der Praxis umsetzen. Im Gegensatz zu den reinen Theoretikern. Leute, abonniert meinen Kanal, bleibt mir gewogen, drückt sauber auf den Daumen um, Button drauf. Bis zum nächsten Mal. Ich bitte euch Servus.